Wir befinden uns heute auf dem Social Summer Barbecue Event, haben spannende, super unterschiedliche Influencer an einen Tisch gebracht, zusammen auch dann hier mit Johann Lafer am Grill stehen. Das, was ich so gut finde, ist, dass wir natürlich auch durch diese Community ganz tolle Leute kennenlernen, die man ja sonst normalerweise nicht kennenlernt, also Influencer, Influencerinnen, wir haben natürlich auch Star-Köche dabei. Ich bin hin und weg, ich habe hier so tolle Leute getroffen, das ganze Star-Cook-Team, ein Traum, wunderschöne Location, wir kochen gerne zusammen, wir haben alle die gleiche Leidenschaft und ich finde es hier richtig schön. Und ich war natürlich für den Hauptgang zuständig, es gab Schönfleisch, gemeinsam mit meinem Bro und meinem Partner Damian, auf südamerikanische Art und Weise. Ich durfte ein veganes Pulled Pork Sandwich zubereiten mit einem Coastlaw und es war am Ende wirklich sehr erfolgreich und sehr lecker. Ich darf heute hier einen Nachtisch zubereiten mit dem Multi-Grill von Braun und da freue ich mich drauf. Ihr habt echt großartige Gerichte gezaubert. Ich fand das großartig, wie wir hier unterstützt worden sind, dann auch von Braun, wie ihr uns dann auch beim Kochen mit unterstützt habt. Uns hat es tierisch Spaß gemacht, es war total schön, das kennenzulernen, mit dabei zu sein und ja, das konnte uns auch eigentlich vollkommen kommen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, es war einmalig, ehrlich, Dankeschön. Ich wollte mich bedanken bei StarCook, das ist ein Mega-Event. Ich habe mich wie zu Hause gefühlt, das Essen war super toll und die Menschen natürlich super nett zu mir.